Dinge, die wirklich jeder hasst. Du chillst in deinem Zimmer und hörst plötzlich, wie deine Mutter deinen Namen ruft. Wir sind uns einig, das war's jetzt endgültig mit der Ruhe. Dann ruft man 20 Mal, was los ist, aber muss dann trotzdem aufstehen, um nachzuschauen, was los ist, weil man natürlich keine Antwort bekommt. Und ich hasse Leute, die nicht liken und abonnieren. Das ganze Video jetzt auf meinem Kanal.